Okay, wie in der letzten Woche, diese Figur, zweihändiger Platzwechsel, wo ein kompletter Grundschritt verwendet worden ist. Wir haben einen kompletten Grundschritt gemacht. Wechsel, Schritt, Wechsel, Schritt, Schritt, Schritt. Das möchten wir jetzt abkürzen, beschleunigen. Man kann einen Wechsel mal so machen, aber dann noch einen draufsetzen, indem wir einen Borstturn anschließen. Der Borstturn lässt den Rückvor weg und nimmt den zweiten Wechselschritt schon um die neue Richtung zu starten. Machen wir nur einen Wechselschritt und dann Borstturn. Drei, vier, wechsel, wechsel, schritt, 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 da-da-da. Da starte ich schon wieder. Da brauche ich keinen Rücken vor, weil die Dame mit ihrem zweiten Wechselschritt nach vorne sich kaputt tut. Machen wir beide Wechselschritte, Wechselschritt, Schritt, da-da-da. Und das unterstütze ich jetzt auch. Zeige mir nur mal ganz trocken diesen Wechselschritt. Okay, einmal malen und dann hinten den Brustner. Schritt, Schritt, Wechselschritt, 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 Schritt, da-da. Wechselschritt, Wechselschritt, Wechselschritt. Nein. Wir machen es nochmal. Ja. Nein. Vielen Dank.